Willkommen zurück Zurück zu den absolut nicht neuen Filmempfehlungen für euren blutgetränkten Halloween-Abend. Heute wird es endlich mal interessant mit Freddy vs. Jason. Das ist absolut nichts Neues. Ich weiß nicht warum er hier rummusert. Oder ihr gebt euch einfach die beiden Franchise-Reihen im Binge-Watch komplett hintereinander. Nightmare on Elm Street und Freitag der 13. mit Jason. Bester man ever. Das waren meine Filmempfehlungen für euch von mir. Die nächste gibt es morgen. Okay. If at the end of your show up… Theft. Assault. Homicide. Lape. Battery. Leading Suicide Death